Hallo meine Lieben. Ich war im Teddy. Ich kann euch sagen mit dem Weihnachtskram. Ich rede da richtig noch durch. Ich habe da was mitgenommen. Ich liebe diese Wichtel. Die sind so niedlich. Der hat 2 Euro gekostet. Ist sehr hohl. Kann man so hinstellen. Ich fand den süß. Damit er nicht alleine ist, kommt der hier noch mit. Der ist mit LED. Ich weiß jetzt noch nicht. Ich schätze mal in der Mütze oder so. Wer da leuchtet. Ich habe jetzt noch keine Batterien hier. Oder brauchen wir da gar keine. Okay. Die Nase leuchtet. Da musste man das Zipfelchen hier raus machen. Der hat 5 Euro gekostet. Putzig. Sieht von unten so aus. Dann, 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 dann. Wollte ich das perfekte Trio. Also, da kam der noch mit. So, da ziehen wir jetzt auch mal den Zipfel hier raus. Dann, dann, auch LED. Wo ist der Schalter? Hier ist der Schalter. Ich glaube, der braucht eine Batterie. Kann nichts erkennen. Den muss ich mir später noch mal genauer anschauen. Dann muss er ungetauscht werden, wenn er nicht geht. Das Ding hier hat Draht. Kann man sich also biegen, wie man möchte. Genau so. Dann habe ich mir so Geschenkband mitgenommen. Das glitzert. Genauso diese Schleifen. Das gab es in mehrere Farben. Lila und Silber. Ich glaube, Rosé. Hat 1 Euro gekostet. Dann habe ich mir dieses, ähm, den Organsatischstoff. Ich sag mal Dekostoff. für einen Euro. Das ist so zart durchsichtig. Beige. Das ist ein ganz zartes Beige, würde ich sagen. Und dann diese Sternchen, diese Glitzersternchen drin. Ach genau, dann habe ich mir noch dieses Geschenkband hier mitgenommen. Weil meins war leer oder ist fast leer. Das hat auch 1 Euro gekostet. Also, da kann man nichts verkehrt machen. Vor allem kann man die super, ähm, wenn man so Beutelchen macht. So Geschenkbeutelchen, so mit einem Teelicht drin. Und vielleicht so ein kleines Wichtelchen rein. Und einen Tannenzapfen. So irgendwie schön dekorieren. Und dann, äh, kamen diese Servietten hier mit. Fand ich süß, als Tannenbäumchen. Für einen Euro. Sind, diese sind da drin. Sind jetzt zwölf Stück drin. Aber finde ich gut, wenn es da so viele sind. Dann hat man den das ganze Jahr umliegen. Dann habe ich noch, zum Dekorieren, so kleine goldene Tellerchen mitgenommen. Sind acht Stück. 23er Durchmesser. Und genauso, hier in groß. Die haben jetzt zwei Euro gekostet. Sind zehn, ne sechs Stück drin. Mit 33 Durchmesser. Ich finde die zum Dekorieren, finde ich die ganz toll. Ja, da haben wir das auch. Dann habe ich hier noch so eine Geschenktüte mitgenommen. Ich fand die so klasse. Also, die ist doch echt genial. Und mit dem Glitzer, das geht auch. Ist nicht so viel. Also, so verliert er nichts. Ich habe hier nichts rumliegen. Muss man wirklich drüber streifen. Dann hat man gleich ein bisschen Glitzer. Also, es geht. Ich fand die so toll. Die hat einen Euro gekostet. Also, so einen Euro. Kann ich damit machen. Dann habe ich noch mal zu Fensterbildern mitgenommen. In Silber. Die glitzern auch. Das sind so Weihnachtskugeln. Und kleine so Eiskristalle. Sternchen. Alles vertreten. Dann kam noch diese LED-Lichterkette mit. Fünf Euro hat die gekostet. Mit lauter Häuschen. Das fand ich irgendwie total süß. Das sind zehn LEDs. Und das ist warmweiß. Das ist nur für den Innenbereich. Aber für draußen wollte ich ja auch nicht nutzen. Das sind so kleine Holzhäuschen. In denen ich niedlich. Gucken wir mal, wo wir die hin tun. Dann habe ich mir so ein Handy-Licht mitgenommen. Zwischendurch mal ein Foto für Instagram gemacht. Da ist es erstmal nicht schlecht, wenn man so ein Licht... Ich habe es jetzt extra schon ausgepackt. Das sieht dann so aus. Das steckt mal aufs Handy. Also beziehungsweise klemmt man. Hier ist eine Klammer. Ich habe jetzt auch schon Batterien rein getan. Das ist in verschiedenen Stufen. So ist es wieder aus. Also es hat drei Stufen. Und vier Stufen. Ja, hat jetzt fünf Euro gekostet. Einziger, was mich stört, ist der Deckel. Nachdem die Batterien jetzt drin waren, passt der Deckel nicht mehr drauf. Das ist so knapp von denen bemessen, dass jetzt der Deckel durch die Batterien nicht mehr drauf passt. Da steht die Batterie so einen Millimeter drüber. Und jetzt geht der Deckel nicht mehr drauf. Aber ist jetzt auch nicht wild. Meine Güte. Ich nehme es ja nur für ein Foto oder so. Da kann man das noch grad so verschmerzen. So, dann kam noch mit so ein kleines Handgel. Das ist mit Kokosduft. Und das lege ich mir wieder ans Auto. Im Auto habe ich schon eh und je immer so kleine Sachen. Hier liegen nur kleine Handcreme. Kleines Gel. Und ich finde, das brauchen wir immer mal. Dann, äh. Ich sage ja, ich habe noch alles Mögliche im Container. Weil wir ja hier noch auf einer Baustelle leben. Ich sitze jetzt in einem fertigen Zimmer. Der Rest ist alles noch, ähm, ohne was an den Wänden. Ohne Boden. Also richtig Baustelle. Ja. Jetzt keine Ahnung, wo mein Nähzeug ist in diesen Containern. Das sind ja diese großen Dinger. Habt ihr ja auch schon gesehen im Video. Jetzt habe ich mir einfach für einen Euro so ein günstiges Nähset mitgenommen. Ähm, hier oben sind die Nähnadeln drin. Hier ist das Nähgarn. Und hier in der Mitte haben wir einen Fingerhut, eine Schere, eine Einfädelhilfe. Und ein Maßband. Also. Ah, und sogar Stecknadeln sind drin. Und für einen Euro. Ich habe ja immer nur mal Kleinigkeiten festzunähen. Mal einen Knopf. Jetzt ist ein Knopf locker gewesen. Und da tut's das. Dann hatten sie Klamotten reduziert. Und da habe ich mir jetzt dieses schlichte schwarze hier mitgenommen. So ein Langarmshirt. Das habe ich mal gedacht, wenn dann jetzt der Winter kommt. Einfach für drunter. Das hat jetzt 2 Euro gekostet. Also. Für 2 Euro mach ich glaube ich nichts falsch. Und ich will es ja nur für drunter anziehen. So schön. Ach, jetzt sind wir schon beim letzten Teil. Also. Die Gina kriegt natürlich auch was. Wie jedes Jahr. Und dann habe ich ihr diesen Hundekalender mitgenommen. Ich weiß noch nicht, ob es bei dem bleibt. Wenn ich noch einen anderen sehe. Einen schöneren. Dann kriegt sie den. Bin mir noch nicht so sicher. Ja. Aber ich habe ihn jetzt mal mitgenommen. Weil so Hundekalender sind alles schnell weg. Ich denke mir. Manche würden sagen. Die hat ja einen Knall. Kauft ihr im Hund einen Kalender. Aber den Knall, den habe ich gerne. So. Das war es dann. Dann sind wir durch. Dann. Wenn ihr wollt. Nehm ich euch jetzt noch ein bisschen mit durch den Laden. Da habe ich die Weihnachtsdeko und Halloween. Was war es noch? Fasching. Ein bisschen Fasching haben die da schon liegen. Das habe ich euch jetzt noch abgefilmt. Dann bleibt mir noch zu sagen. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Engstern. Bis bald. Bist classmates. Bis bald. falling Os serviciten. Begut. Bistbase. Zimmer. Zu acted anagedaten. Du bist nicht immer hier. Dann werden mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020